Am heutigen Samstag gegen ca. 14 Uhr rückte die Feuerwehrschloss Holte Stuckenbrock mit der Löschzügen Schloss Holte und Stuckenbrock gemeinsam zu einer Großübung aus, zu der Maschinenbaufirma Menzel am Hellweg im Ortsteil Schloss Holte. An der Übung nahm teil ca. 80 Kameraden der Feuerwehr. Eingesetzt wurden 13 Löschfahrzeuge und Hubrettungsfahrzeuge. Es mussten vier Menschen bzw. Personen gerettet werden. Des Weiteren galt es, eine Löschwasserversorgung über weite Wegstrecken aufzubauen. Die Schleifkopfdaten runterkommen und das sollten wir jetzt an die Tür. Aber das soll jetzt auch mit der Tür zuerst werden. Die Schleifkopfdaten sind sehr stark. Die Schleifkopfdaten sind sehr stark. Die Schleifkopfdaten sind sehr stark.